Und nun die Wettervorhersage. Die klirrende Kälte hat Deutschland fest im Griff. Vorsicht, Glättegefahr. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. Lecker Wetter wurde Ihnen präsentiert von Smileflame. So gefällt er mir. Damit auch Sie meine Spielfilme morgen noch mehr genießen können, Smileflips. Zwei Packungen, 500 Gramm zum Preis von einer. Lächeln Sie. Cut, 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 cut. Walter, Walter, das ist kein Lächeln, das ist Zombie. Meine Güte noch mal. Hier Kamera wieder auf anfangen und hier mach ihn doch ein bisschen an. Mach ihm mal ein schönes Lächeln, das kann doch wohl super lang sein. Und du da mit deinem Mikrofon, wenn du mir noch einmal ins Bild kommst, bist du fertig. Ich wollte. Okay. Ich bekomme dich auch. Okay. Okay. Vi gaan. Ich bitte. Ich porfommeen. Teil 3 im Moment. Und du am�Show. Es wird einiesel mit dem melhores Wochenende. Wie im Moment. Wir sehen uns aus. Untertitelung des ZDF, 2020